Ja hallo, es ist wieder Freitag. Freitag ist ein Ständchen, das wisst ihr, aber diese Woche ist schon eine spezielle Geschichte, weil, wie ihr auch wisst, wir unterstützen die Aktion Alessa Kämpft. Und deswegen heute mal nicht erst im Auto, sondern vom Ort des Geschehens. Wir wollen ein Benefiz-Konzert diese Woche Sonntag veranstalten und der Friederik, der die Kamera hält, wird jetzt hier mal rumschwenken. Das ist die St. Martini-Kirche in Mühlhaus. Hier wird es diesen Sonntag also nervig zur Sache gehen, sieben Bands insgesamt. Und wir sind natürlich auch dabei, das Trio Martini. Aber dazu vielleicht später noch mehr. Jetzt erst mal ein Song. Wir drücken die Daumen, dass Alessa, für die wir hier sammeln und kämpfen, mit dieser Therapie in der Schweiz hoffentlich die Kurve kriegt, den Krebs versiegt. Und Alessa, wie alle Kinder, sind die Zukunft für uns. Das Gold von morgen passt am besten von Alexa Faeser. Jetzt geht's los. Der Kopf zu voll. Nichts gelingt und alles soll. Der nächste Tag, das reicht ein Zehn. Der nächste Tag ist schon das Zehn. Augen zu und durch das Stimmst. Oh, 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 oh. Seh nicht hin, sonst wirst du blind. Oh, 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 oh. Das Leben hat ne Eis in Faust. Weicht den harten Schlägen aus. Scheuklappen auf, flieg' gerade aus. Blaues Augebrille auf. Wenn dich das Leben wieder niederstrengst. Und du liegst mit dem Gesicht im Dräng. Fang an zu graben. Aus. Der Dort ist es schon morgen. Da findest du nicht das guw. Und morgen, der Weg von A nach B ist leicht, oh oh oh, nur halt dir leicht noch nie gereinigt. Baut dir den Bagger aus Geduld, leg Fantasie ins Katapult, dein Segel in den Gegenwind, du spielst auf Zeit und Zeit gewinnt. Wenn dich das Leben wieder niederstellt und du liegst mit dem Gesicht im Dreck, fang an zu graben, denn dort ist es verborgen. Da findest du das Gold von Boden, jeder ein König, jeder Sturz, ein Königreich aus Katzen und die Stadt versinkte, mehr und uns nicht mitzusinken, eine Grund. Wenn dich das Leben wieder niederstellt und du liegst mit dem Gesicht im Dreck, fang an zu graben, denn dort ist es verborgen. Da findest du das Gold von Boden. Das Gold von morgen. Ich wünsche ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag beim Benefizkonzert. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.